Moin Leute, was geht? Hier ist YouTube Gamescom auf der Sony Blaze Station rein und wir spielen mal der Call of Duty, Monofa 3 her. Heyo, Live-Tubing, Alter. ACR 6.8, Alter. USB 45-Taktik, Splitter, Blendgranate, Aufklärung, Schnellziehen, Bro, Meisterschützer, S-A-Bistur, Mongola, Holt. So, jetzt nicht so viel schwabbeln hier, Reiner. Let's go, Alter. Live-Tub, Alter. Oh. So, so ein Zerstören, Alter. Das war gut gewollt von mir, weil ich mache so ein Get-Own-Sun, wie das so Killer-Jungo-95 macht. Das heißt, hier seid mitten innen drin, hier, ihr seid jetzt die Stars. Nicht ich, sondern ihr. So, hier haben wir nämlich den BFH1-0 hier. Guckt ihn euch mal an, hier mit Fingerfertigkeit, Bro, Attentator, Bro, Meisterschütze, Bro und Aufsätze 2 ist er ausgestattet. 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 Noch nicht ist er ausgestattet. So, schleicht hier auf den Boden rum, wie der Schleicher. So, wo kann man hier noch... Ah, da haben wir den Reiner 123 Markier ACR 6.8, Alter. Hier, schöne Waffe in Gold. Da kriegst du die Jungfrauen ab, da kriegt man die Frauen ab. Der Ruhm ist dir schon mal sicher, Reiner, das kannst du mir glauben. So. Wollen wir mal weiter hier. Bleibt hier schön hocken, so wie ich sie das gehört. Ja. So. Jetzt gehen wir mal hier zu Aschupan 111 hier. Oh, was haben wir denn hier noch alles? Den Reiner. Den Reiner Kalmund hier. Sucht nach Essen. Sucht erstmal eine Mülltonne, aber findet keine. So, geht weiter. Aber lass mal Alberdo liegen. Der ist nichts für dich. So, Rundenzieger zählt. Und wir haben gegen die... Dicken rausgescheitert, oder was ich dir dachte. Ja, für ein paar haben wir verloren. Und so, das war es eigentlich schon wieder von eurem YouTube-Grebs.com. See you later, alle geht da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.